Es ist Unglaubliches passiert meine Leute, für dieses Infovideo muss sogar die News Sendung diese Woche leider ausfallen. Arthur von The Library of Ohara ist ja momentan im Japan Urlaub. Dort konnte er den Film One Piece Film Stampede sehen und hat uns verraten was im Film passiert. Und fuck es ist ein fucking Schocker, mit diesem Film kommen wir soviel näher an das One Piece. Aber Achtung in diesem Video Spoiler Alarm für den One Piece Stampede Film, also wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann schaltet ab, während das Intro läuft und Intro ab. Ich werde euch hier jetzt nicht den ganzen Film spoilern, also keine Angst, aber zumindest mal einen großen Teil davon. Und zwar geht es ja in dem Film darum, dass es ein Rennen um Gold Rogers Schatz gibt. Einige Piraten wurden versammelt und müssen zu einer Schatzkiste, die wohl irgendwas von Gold Roger beinhalten soll. Während des Films schafft es Buggy an die Schatzkiste und öffnet diese. Und was wir darin finden ist einfach nur krank. Und vor allem es ist von Oda bestätigt, dass es sich hierbei um Kennen Material handelt. Dies also auch für den Manga gilt. In dieser Schatzkiste befindet sich ein Lockport und dieser Lockport führt direkt nach Raftel. Mit diesem Port könnte also die Strohhutbande direkt nach Raftel gelangen. Aber dies ist noch nicht mal die große Information dahinter. Denn uns wird erklärt, dass Raftel nicht der richtige Name dieser Insel ist. Sondern diese Insel heißt eigentlich Love Tale, also Lachgeschichte. Das Wort Raftel und Laftel wird wohl im japanischen gleich oder ähnlich geschrieben. Deshalb dachten wir bisher immer, dass die Insel Raftel heißen würde, dies ist aber falsch. Und dies führt uns nun zu weiteren Vermutungen. Wenn Raftel wirklich Laftel heißt, haben wir hier ein bestimmtes Muster das Oda uns erkennen lässt. Alle Member des Clans der Dees lacht wenn sie sterben. Soll uns das also vielleicht näher legen, dass es sich bei Laftel tatsächlich um die Insel handelt von wo die Dees herkommen. Ist Laftel das antike Königreich woher die Dees abstammen? Dazu haben wir noch den Namen Joy Boy, was auch zum Lachen passen würde und er ist vermutlich auch ein D. Und alle Dees haben eine einzigartige Lache. Komischer Zufall. Dass uns der Film Stampede soviel liegt hätte ich echt nicht gedacht, jetzt bin ich noch viel gespannter ihn selbst zu sehen. Was haltet ihr von dieser Info, was habt ihr nun für Theorien? Schreibt mir das doch alles in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat freue ich mich natürlich sehr über einen Klick auf den Abo Button und natürlich auch den Like Button. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch wie immer viel Spass und haut rein Ciao! Bis zum nächsten Video!